Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sims 3 Play in der Hunt Baby Challenge und ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber es ist eine Folge. Wie ihr seht, oh wunderschön, schaut mal hier Leute, ja was ist denn das? Das ist eine Treppe und eine Treppe führt nach oben. Und ja, wir sind, ich habe ein zweites Stockwerk gebaut, weil, schaut euch das an, weil die Kinder, die werden ja bald zu Kleinkindern, weil sie glaube ich bald, ähm, ja, ihr Level fertig haben. Wir gucken mal kurz. Äh, ja, Mandy ist Level 5 und 6, noch ein Level und sie darf so ein Kleinkind werden. Und ja, keine Ahnung, also die Treppe bleibt hier nicht im Wohnzimmer. Ich versuche nämlich, ähm, das Wohnzimmer nach oben zu nehmen, nur noch die Küche da unten zu lassen und dann haben wir da auch mehr Platz. Und ich, also hier ist die Etage, ich habe schon ein bisschen Raumeinteilung gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das noch ändern werde. Und da vorne seht ihr da noch so einen winzigen kleinen Balkon, den ich da hingemacht habe. Hier sind auch keine Fenster, nur Bearbeitung. Also, ja, werde ich noch einrichten. Wenn ihr wollt, dass ich das mit euch gemeinsam einrichte, dann schreibt es unbedingt jetzt in die Kommentare, dass ich die obere Etage und den Balkon mit euch einrichten soll. Und wenn nicht, wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt mir bitte auch, dass ihr das eben nicht möchtet. Und, ja, deswegen mache ich das jetzt auch nicht, weil ich weiß ja nicht, ob ihr das möchtet oder nicht. Und, ähm, ich glaube, den Kindern wird es schlecht gehen. Ach du, mäh, komm, spielt man mal nicht. Aber wir kümmern uns jetzt kurz um die Kiddies. Und wisst ihr, was das Schlimme ist, wenn, also wenn die Baby, also wenn aus den Babys ja Kleinkindern werden, dann, ähm, muss Monika, also ja, Monika, die Mutter, sich von David trennen, weil der Babypapa darf nur so lange, äh, ja, da wohnen, bis die Kinder eben Kleinkinder sind. Und dann kann er uns dementsprechend auch nicht mehr helfen. Ja. Wird ein bisschen doof, aber kriegen wir schon hin, weil wenn die Kinder Kleinkinder sind, sind sie ja dann auch immer ein bisschen selbstständiger. Und, ja. Knuddeln sie mal. Wir versuchen, dass, ähm, die beiden heute nochmal ein bisschen auf Hüchselufung kloppen, dass wir da ein bisschen vorankommen. Und, ja. Apropos der Garten, den müssten wir auch mal wieder auffräumen. Der sieht scheußlich aus, aber die obere Tasche müssen wir nochmal, wir haben so viel zu tun, Mann. Und wir müssen ja eigentlich uns darum, also wir müssen ja eigentlich uns darum kümmern, dass die Babys älter werden. Und wir beschäftigen uns hier mit jeglichem anderem Kroh. Auch gut. Oh, ich schicke ihn mal arbeiten. Also den anderen Heinzi. Ist ja nicht der Baby-Papa. Nein, nein, nein. Du bleibst hier, Junge, damit. Du kannst hier nicht abhauen. Endlich. So, du bleibst hier nämlich auch hier. Du kümmerst dich weiter um das Kitty. Ah, ja. Unterhalt sie mal ein bisschen, die will Unterhaltung haben, Herr. Eine aktive Aufgabe haben wir gerade noch. Außer genau Highschool freischalten. Aber bis da irgendjemand in die Highschool kommt, vergehen noch ein paar Monate. Und wir sehen uns wieder, wenn die Kinder, als wenn es denen gut geht. So, weiter geht's. Die Kinder haben volle Bedürfnisse, also ihnen geht's super gut. Und jetzt können sie aufs Külophon kloppen. Deswegen, wir tragen die mal kurz raus, also aus der Wiege. Und dann machen wir das. So, du bleibst. Irgendwie, ich meine, die Kinder werden ja bald zu Kleinkinder. Irgendwie, diese Spielematte war voll unnötig. Die hat so, glaube ich, 10.000 gekostet. War voll teuer. Naja. Ich dachte irgendwie, man kommt mehr dazu, die zu benutzen. Aber da brauchen die halt 10 Minuten. Und irgendwie, dauert mir zu lang. Beziehungsweise hat mir zu lang gedauert einfach. Vielleicht können wir es für die nächsten Babys aufheben. Ich meine, Leute, wir haben gerade mal zwei Babys und wir brauchen noch weitere 98 Babys, weil ich mich überreden lassen habe, die 100 Baby-Challenges zu machen, weil die so viele wollten. Ja, jetzt habe ich den Case. Aber nee, Spaß, Leute. Mir macht es wirklich super Spaß. Ich freue mich, wenn wir hier endlich die obere Etage machen können. Dann haben wir auch mehr Platz, weil ich komme hier unten gar nicht mehr klar. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Also, nicht schlimm, aber ja. Weil wenn die Kinder ja Kleinkinder sind, dann kann man dann ja keine Windeln mehr wechseln, sondern muss die in einer Badewanne baden. Und wie ich das jetzt sehe, passt er ja in das Bad, was wir jetzt haben, gar keine Badewanne rein, weil da könnt ihr nicht reinsteigen. Und deswegen müssen wir dann oben nochmal ein neues Bad machen. Mit einer Badewanne eben. Genau. Gut, die Kinder kloppen. Ja, Leute, da ich jetzt ja nicht weiß, ob ihr wollt, dass ich das hier oben umbaue, also ob ihr da zustimmen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weiß ich auch nicht so viel zu tun, weil heute aus dem Haus gehen will ich jetzt nicht, weil die müssen hier ja lernen. Aber ich habe es euch gar nicht noch gar nicht gezeigt. Ich habe die Wettermaschine bekommen. Und wir können ja mal einen Sturm erzeugen. So entspricht das ist das Wetter auch bei mir draußen. Deswegen finde ich, passt das eigentlich voll gut. So wie das Wetter hier ist. Ja, und dann gibt es noch Schneiden. Das finde ich im Winter echt cool, wenn man da so richtig Schnee machen kann. Aber wir machen unseren blauen Himmel. Und damit verabschiede ich mich auch und sage mir bitte, bitte, Leute, ob ich hier oben die Etage mit euch umbauen soll oder nicht. Gut, tschüss, Leute. Bis zur nächsten Folge Sims Replay in der Handrollbaby Challenge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.